Echt, ich bin so... Kijk, die Reihe ein bisschen langer... Oh, Mann... Rechnen... Geht doch nicht... Ja... Geht doch nicht... ... So, jetzt kommt es wieder ein. Und dann geht's. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Okay. Dann werden wir mit einem Schrauben abgelaufen. Ich habe den Schrauben auf die Schrauben aufgelaufen. Ich habe den Schrauben aufgelaufen. Ich habe den Schrauben aufgelaufen. Das war's. Das war's.